Musik Wir müssen uns einfach schnell wiederholen und rechnen. Wir haben ein grosser Werk, ein grosser Bär. Wir müssen fahren dort und auch dort durch die Strasse. Wir sind mit Elisabeth. Wir müssen unter der Bahn, in der Runde. Und unten. Wie man sieht, der Rätsel ist auch ganz so groß. 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 Mit dem Rätsel ist er auch ganz so groß. Der Rätsel ist auch ganz so groß. Und jetzt zeugt man ihn. Dann machen wir ihn auch mal. Man ist also nicht ganz einfach. Man muss nicht ganz einfach. Man muss nicht ganz einfach. Man muss einfach nicht ganz einfach sein. Sie können es ja auch nicht einfach. Das wird mit der Führung an. Was ist das? 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.